Herzlich willkommen bei unserer allmondtäglichen Friedensmahnwache. Für alle die, die mich nicht kennen, mein Name ist Felix Abeck. Ich stehe jetzt gerade hier, weil ich etwas zu verkünden habe, was meiner Meinung nach echt urcool ist, was uns irrsinnig freut. Und es gab am Wochenende ein großes Treffen aller Friedensmahnwachen in Zeitz in Deutschland. Dabei ist das eine oder andere diskutiert worden, das eine oder andere beschlossen worden. Viele Stunden sind dort vergangen mit sehr gefüllten Diskussionen. Und dabei ist etwas herausgekommen, das mich sehr freut. Und zwar wurde dort beschlossen, dass in Wien die allererste globale Friedensmahnwache stattfinden soll. Und zwar am 6. Dezember. Wir wurden eingeladen dazu. Und darauf antworte ich jetzt am besten direkt an diejenigen, die diese Einladung ausgesprochen haben. Vielen lieben Dank, Freunde. Wien nimmt diese Einladung an. Wir werden gerne als Drehscheibe fungieren für dieses großartige Event. Wien war in der Geschichte schon immer ein Brückenkopf. Ein Ort, der Menschen verbunden hat, auch wenn sie vielleicht unterschiedlicher Meinungen waren. Und genau das soll wieder passieren. Das heißt, freut euch auf den 6. Dezember, Leute. Die erste globale Mahnwache in Wien!